ARD Text im Auftrag von Funk Seid ihr bereit? Für das größte Abenteuer des Jahres. Ich leg noch einen Zahnraub. Dafür will ich aber eine richtige Show. Kann sich drauf verlassen. Mark Potter! Das war eine Show, Tom. Tom Sawyer. Wer ist es? Indiana Joe hat den Doc umgebracht. Wir gehen zum Sheriff und sagen ihm alles. Wir schaufeln unser Grab, wenn wir das tun. Wieso? Weil Indiana Joe dann weiß, wer ihn verpfiffen hat. Wir schwören, dass wir nie keinem nichts davon erzählen. Oder wir fallen tot um und verfaulen. Mein Wort und deine schlimmsten Träume werden wahr für euch alle. Ihr habt mich verstanden. Mr. Siffy! Tom Sawyer. Damit eins klar ist. Keine einsamen Inseln, keine Friedhöfe, keine Tonnen, keine Saloons, keine alten Spukhäuser und keine Höhlen mehr. Versprochen? Versprochen hatte Polly. Huck? Ganz klar, Miss Polly. M-I-S-I-S-I-P-P-I Der nächste im Kino. M-I-S-I-S-I-P-P-I Das hat der Westen explosion. M-I-S-I-S-I-S-I-P-I Und erradieren sollte im Kino.